Es scheint, als ob ein Netz aus Überwachung und Manipulation Deutschland erfasst. Was, wenn Friedrich Merz, Nancy Faeser und die Geheimdienste längst die Fäden ziehen? Ein schleichender Prozess könnte im Gange sein, um die Wahrheit zu kontrollieren, die Medien zu beeinflussen und die Bürger zu überwachen. Aber wer würde sich gegen ein solches System stellen? Wer hat den Mut, aufzudecken, was wirklich geschieht? Alice Weidel von der AfD erhebt ihre Stimme und warnt vor einer alarmierenden Entwicklung. Ihrer Ansicht nach könnte Deutschland auf dem Weg sein, sich in einen modernen Spitzelstaat zu verwandeln, in dem Andersdenkende systematisch mundtot gemacht werden. Ist das der Preis, den wir für unsere Sicherheit zahlen? Die Methoden der Geheimdienste erinnern zunehmend an dunkle Zeiten der Geschichte, als das DDR-Regime seine Bürger überwachte und verfolgte. Nun scheint ein ähnliches Muster wieder aufzuleben, aber diesmal unter dem Deckmantel des Schutzes vor Desinformation und dem Erhalt der Demokratie. Kann das wirklich der richtige Weg sein? Alice Weidel und die AfD sehen die Kontrolle der Medien als Teil eines größeren Plans, um die Meinungsbildung in Deutschland zu manipulieren. Die Berichterstattung wird immer einseitiger und kritische Stimmen scheinen in den etablierten Medien kaum gehört zu finden. Weidel spricht von einem absurden Framing, das darauf abzielt, die AfD als eine extreme rechte Bedrohung darzustellen, um so neue Anhänger abzuschrecken. Ist es nicht auffällig, dass die zweitstärkste politische Kraft Deutschlands immer wieder von den großen Fernsehsendern ignoriert wird? Warum dürfen oppositionelle Stimmen nicht ungehindert zu Wort kommen? Hinzu kommt eine zunehmende Überwachung der Bürger, die sich nicht mehr auf mutmaßliche Extremisten beschränkt. Weidel warnt davor, dass der Verfassungsschutz unter Nancy Faeser Maßnahmen vorbereiten könnte, um unliebsame Meinungen zu brandmarken und möglicherweise sogar Arbeitgeber und Nachbarn zu warnen. Eine solche Strategie würde gefährlich an die Methoden eines Spitzelstaates erinnern, bei dem Verdachtsmomente ausreichen, um Menschen in ihrer sozialen und beruflichen Existenz zu bedrohen. Wenn wir nicht aufpassen, könnte bald jeder von uns auf einer Liste stehen. Aber wer bestimmt dann, was richtig und was falsch ist? Alice Weidel ist davon überzeugt, dass die Bürger diese Entwicklung nicht länger hinnehmen sollten. Sie appelliert an das Volk, wachsam zu bleiben und für ihre Freiheitsrechte einzustehen. Ihrer Meinung nach befindet sich Deutschland an einem Scheideweg. Werden wir ein Land, in dem jeder seine Meinung frei äußern kann? Oder wird der Staat bestimmen, welche Gedanken akzeptabel sind? Es geht nicht nur um die AfD, sondern um die Grundwerte der Demokratie, die auf dem Spiel stehen. Es ist beunruhigend, dass Empfehlungen eines Bürgerrats, der die Kontrolle über die Informationsflüsse verstärken will, von der Regierung ernsthaft in Betracht gezogen werden. Wurde nicht gerade erst ein Versuch, das Nachrichtenportal kompakt zu verbieten, gerichtlich zurückgewiesen? Dennoch zeigt diese Initiative, wie weitreichend die Pläne zur Meinungslenkung bereits sind. Weidel und ihre Partei sind überzeugt, dass hinter den Maßnahmen nicht der Schutz der Bürger vor Desinformation steht, sondern das Bestreben, die öffentliche Meinung systematisch zu lenken. Wie weit soll es noch gehen, bevor wir aufwachen? Die AfD sieht sich als letzte Verteidigungslinie gegen diesen gefährlichen Kurs. Alice Weidel verspricht, sich für die Meinungsfreiheit einzusetzen und den Stimmen der Bürger Gehör zu verschaffen. Sie ist sich sicher, dass die Menschen in Deutschland sich nicht länger von einer kleinen Elite vorschreiben lassen werden, was sie zu denken haben. Die Frage ist nur, ob wir den Mut haben, uns dem entgegenzustellen, bevor es zu spät ist. Sind wir bereit, unser Land in ein weiteres Überwachungszeitalter führen zu lassen? Oder ist es an der Zeit, die Manipulation aufzudecken und gegen ein System zu kämpfen, das die Freiheit der Menschen gefährdet? Danke, dass ihr mein Video bis zum Ende angeschaut habt. Wenn ihr Fragen habt oder möchtet, dass ich über ein bestimmtes Thema spreche, schreibt es bitte in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht, ein Like dazulassen und meinen Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich wünsche euch einen schönen Tag.